hier gibt es geister geister die ich rief nicht eine kleine brücke hier 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, hier ist ein Zitz-Gruppe. Das trifft sich irgendwie ausgezeichnet. Da kann man jetzt mal hier eine kleine Rast einlegen. Da habe ich auch gelesen gehabt, dass man hier auch nicht picknicken kann. Das finde ich ganz schön hier. Ja, dann machen wir jetzt eine Pause und dann gehen wir weiter. So, dann gehen wir jetzt weiter. Die Pause ist vorbei. So, jetzt geht's ein bisschen bergauf. Die Schatten ist doch ein bisschen kühl. Ich hoffe, wir können wenigstens nicht schwitzen. Ja, gott. So, jetzt geht's. 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 Ah, da geht's. Jetzt ist der Kneipp- und Quellplatz. Waldrast-Platz-Platz-Platz-Platz. So, jetzt geht's. Oh, 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 jetzt geht's. Das war's für heute. Kunst mitspielen. Hier gibt's das nächste. Ah, hier, da kommt ein Name zusammen. Jetzt haben wir hier E-N. Davor hat man einen Tee. Oh, sieht cool aus. Okay. 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 Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ettenhausen. Wir gehen jetzt zur Hängebrücke. Oh, ein Schloch gibt es auch hier. Murmeltier. Ah ne, ein Biber. Ein Biber ist das. Und hier haben wir zwei solche Dinge. Ein Schmucklerweg, das sind zwei Sachen Themenweg auch. Oh, okay. Oh. Loha hier ist das nächste was wir hier haben und hey hmm Dann geht man so rüben so entlang, dann da hinten so rüber und nach der hinten lang von da rüber. Und da unten, schau, und da unten ist die Hängebrücke. Und da unten, schau, und da unten, schau, und da unten, schau.